ojibai pinja 65 cm frischer nisai weiblich auch den haben wir als tosei gekauft entmaß hier so um die 90 cm hat tolle zeichnung die ist noch nicht fertig das dunklere hier vorne auf der zeichnung das habe ich angepollert das geht wieder weg bei ojibai wird es dunkel oder sie schürfen sich ab dann per zell in dem fall ist es dunkel ist frisch importiert im februar haben wir als tosei gekauft sehr schöne koi wird sehr groß hat perfekten body also das ist die richtige körperform damit die fische richtig lang werden und groß so